Auf der Suche nach dem, der sucht, auf der Suche nach dem, was sucht, wer sucht, wird nicht finden. Mein Körper, mein Leben, mein Computer, mein, 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 mein persönliches Dasein. Mein Leben ist absolut persönlich. Mein Selbstgespräch. Das, was spricht und das, was hört, ist dasselbe. Ich rede mit mir selbst. Stimmt das überhaupt? Ich rede mit mir selbst. Ich als ein namenhaftes... Ich bin ein namenhaftes Wesen. Ich habe einen Namen und bin ein Wesen, weil ich verwesen kann, wenn ich tot bin. Aber zum Glück, die Gnade hat es so eingerichtet. Bin ich noch nicht tot? Als Körper, Mensch. Ich bin nicht der Körper. Ich bin das, was der Körper ist. Ich bin das, was das Licht ist. Ich bin das, was Quatsch, 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 quatschen kann. Ich quatsche manchmal gerne, auch wenn ich nichts zu sagen habe. Eigentlich fast meistens ganz immer. Doch halbseitig und doppelmittig ist die Transparenz so semi-permeabel, dass diese Membran, die Scheidewand der Wahrnehmung, intuitiv sich selbst bedient. Sie bedient sich ihrer selbst. Sie trägt nichts dazu bei, um das zu sein, was sie ist. Und sie nimmt auch nichts weg. Denn weder sie noch... Was? 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 Ich kann aber gar nicht anders, weil das geht ja automatisch schon gleich auf und dann denke ich, ja ich bin der und der blablabla 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 blablabla. Ja und, ja das ist ja das Schöne, du brauchst nicht mehr aufhören dich zu definieren, weil im definieren, im begrenzten Wort gar keiner begrenzt. Es ist nur so wie, wenn du sagen würdest, so der Himmel, der ist die Grenze vom Universum, ohne zu bemerken, dass es auch ewig weitergehen könnte. So wie, äh, meine Haut, das ist die Begrenzung von meiner körperlichen Existenz und wenn ich jetzt da, äh, da an den Stuhl hin lange, dann, glaube ich, an den Stuhl hin. Ja, also jetzt habe ich keinen Lust auf, was ist die Sorge.